Du willst keine Storys mehr verpassen? Dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Mir kotzt gleich so in den Strahlen. Was du denn für eine Taylor Swift Gedächtnishüfthose an? Welke denn irgendeine Regenhose ist das? Foxtrott. 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 Trott. Rock. Trott. Rock. Trott. Foxtrott. Foxtrott. Trott. Mit Tee. Mir war schon in Diskotheken unterwegs, abgetanzt und da warst du mit deinem Papa noch mit Glöten unterwegs. Hattest du da auch so eine Taylor Swift Gedächtnishüfthose? Das ist keine Taylor Swift, das ist eine Regenhose. Kann auch jeder in die Kommentare schreiben, wie modern oder wie nicht modern die Hose ist. Und da wirst du zusehen, dass da ganz viele Leute sagen, die ist modern. Die Regenhose. Ja, die Udo Swift Gedächtnishüfthose. Das ist keine Swift Hose, das ist eine Regenhose. Nun dreht er wirklich durch. Jetzt ist wirklich soweit mit dir, ne? Du hast doch jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so Napsenbrenner oder wat? Bist du holt oder wat? Du kannst da doch kein Knoblauch in die Maulwurfshügel reinschmeißen. Die können den Duft doch nicht ab!